Wir kommen zum nächsten Punkt, zweite Nachtragssatzung zu Abfall-Wirtschaftsgebühren-Satzung der TBZ. Ich verweise auf die Vorlage. Wird hier das Wort gewünscht? Das sehe ich nicht. Ich bitte um Ihre Abstimmung durch ein Handzeichen. Ja-Stimme. Danke schön. Nein-Stimmen? Enthaltungen? Bei einer Enthaltung wurde die Ratsvorlage 161 angenommen. Wir kommen zur Ratsvorlage 162, Neufassung der Abwassergebühren-Satzung der TBZ. Wird hier das Wort gewünscht? Ich verweise auf die Vorlage. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich bitte um Ihre Zustimmung durch Ihr Handzeichen. Nein-Stimmen? Nein-Stimmen? Danke schön. Nein-Stimmen? wird hier das Wort gewünscht, es wird Abstimmung gewünscht, dann ich bitte um Ihre Ja-Stimme durch Handzeichen. Dankeschön, Nein-Stimmen, Enthaltungen, das war nicht der Fall, die Ratsvorlage 163 wurde einstimmig angenommen. Jetzt kommen wir zur Ratsvorlage 164, vierter Nachtrag zur TBC-Satzung, ich verweise auf die Vorlage, wird hier das Wort gewünscht, das ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung, ich bitte um Ihre Ja-Stimmen. Dankeschön, Nein-Stimmen, Enthaltungen, aber eine Enthaltung wurde die Ratsvorlage 164 angenommen. Jetzt kommen wir zur Ratsvorlage 90, Verbauungsplan Sandberg-Mumische Kupel, wir haben hier auch, wird hier die Vorlage eingebracht, ich verweise auf die Vorlage, wir haben hier, Wir haben noch auch Ergänzungsvorlagen, Anträge von WIP. Ja, also möchten Sie die eindringen, bitte. Bitte. Danke. 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 ich nicht. Jetzt ist es nochmal. Er lobt es noch beim Fotoshooting. Mach ruhig weiter. Ja, alles klar. Aber er fotografiert sich leider nur selber. Das ist das Problem. So, nochmal zum Thema. Ja, das ist zu lange heute. Das Thema ist einfach, hier sind vorher Fakten geschaffen worden vom Eigentümer und wir treu, brav trotteln hinterher und als Politik sagen wir dann, wenn du denn schon mal gekündigt hast, dann Wohnungen brauchen wir auch, dann machen wir es eben. Wir glauben auch nicht, dass die Kleingärtner da ungeschworen rauskommen. Noch ist nicht sicher, ob sie in irgendwelche Weise eine Entschädigung kriegen. Noch heißt es, wir haben dir gekündigt und sehe jetzt mal zu, wie du deine Hütte da abgerissen kriegst und wie du letztendlich unterm Strich dann auch noch die Entsorgungskosten hast. Wir werden das auf keinen Fall mittragen, weil es ein Beispiel ist auch noch für andere Flächen, die wir in Flensburg haben. Deswegen unser Nein, ganz klar in die Richtung. Wir haben immer gesagt, wir unterstützen die Kleingärten. Wir wissen, dass wir zum Beispiel für unseren Krankenhausneubau auch Kleingartenflächen in Anspruch nehmen können, aber da ist das öffentliche Interesse und das öffentliche Wohl ein ganz anderes. Das muss man ehrlicherweise sagen und das wird sicherlich auch ganz anders abgewickelt werden, wie das hier. Hier, dieses Beispiel ist sowas von negativ. Wir werden das niemals mittragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke schön. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Zuerst wird abgestimmt die Ratsvorlage 90. Erste Ergänzung, Antrag der WIP-Fraktion. Ich bitte um ihr Handzeichen für ihre Zustimmung. Nein, Stimmen Nein, Stimmen Enthaltungen? Mit 18 Nein-Stimmen wurde dieser Antrag, 11 Enthaltungen, 2 Ja-Stimmen, wurde Ratsvorlage 90 als Ergänzung abgelehnt. Jetzt kommen wir zur Abstimmung, Kreuzvorlage 90, 2. Ergänzung, auch von WIP, der Antrag, ich bitte um Ihr Handzeichen für Ihre Zustimmung. Dankeschön, Nein-Stimmen? Bei neuen Enthaltungen, 21 Nein und 3 Ja-Stimmen wurde die Ratsvorlage 90, 2. Ergänzung, abgelehnt. Jetzt kommen wir zur Ursprungsvorlage, Ratsvorlage 90. Ich bitte um Ihre Zustimmung durch ein Handzeichen. Nein-Stimmen? 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 Die Ratsvorlage wurde mit 19 Ja und 15 Nein-Stimmen angenommen. Jetzt kommen wir zur Ratsvorlage 150, zweite Änderung des Bebauungsplans Zwerda-Plak. Ich verweise auf die Vorlage. Wird hier das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Bitte um Ihre Ja-Stimme durch Handzeichen. Haben Sie die Antwort? Nein-Stimmen? Enthaltungen? Bei 3 Nein und 30 Ja wurde die Ratsvorlage 150 angenommen. Jetzt kommen wir zur Ratsvorlage 151, Bebauungsplan Einkaufsmarkt am Katharinenhof, 30. Ich verweise auf die Vorlage. Wird hier das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung der Ratsvorlage 151. Ich bitte um Ihre Ja-Stimmen durch Handzeichen. Nein-Stimmen? Enthaltungen? Die Ratsvorlage 151 wurde einstimmig angenommen. Und dann haben wir die Ratsvorlage 151, Bebauungsplan Ostallee, Ost, Osterallee Ost. Ich verweise auf die Vorlage. Wird hier das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich bitte um Ihr Ja-Stimmen durch Handzeichen. Nein-Stimmen? Bei 2 Enthaltungen, 2 Nein-Stimmen und 32 Ja-Stimmen wurde die Ratsvorlage 157 angenommen. Wir sind am Ende des öffentlichen Teils. Ich danke der Öffentlichkeit, dass sie Interesse gebracht haben, hier uns zuzuschauen.